Hallo YouTube, mein Name ist Dagont, es geht weiter. Da wo wir zuletzt aufgehört haben, wir sind gerade in Krasnostav und mit mir wie immer mit von der Partie TheKing04. Wir haben jetzt auch mal geguckt, wo jetzt dieser Supermarkt sich befindet. Genau, es ist quasi nicht viel passiert, wir haben uns ja in der letzten Folge verloren, kurz vor Schluss, haben uns quasi jetzt wieder gefunden und wir haben uns gefunden. Wir haben uns gefunden, genau. Und ja, wollen jetzt in die Stadt, beziehungsweise genauer zum Supermarkt. Genau, zum Supermarkt, wie du noch vorhin sagtest. Ähm, genau. Sollen wir in die andere Seite, ne? Rüber, kurz. Da rüber? Da lang? Ja, also hier. Weil, ähm, der ist auf der rechten Seite und ganz am Ende von der Stadt. Gut, dass ich ein lebendes GPS-Gerät hier dabei hab. Hm, was wäre ich nur ohne mich? Was wäre... Oh, oh, ich hab'n Zombie gehört? Ja, ich auch. Oh, da sind mehrere. Ich würde sagen, die Beine in die Hand nehmen. Die Beine in die Hand. Dann machen wir das mal. Oh, ich lauf' gerade auf zwei zu. Na, super. Na toll. Da geht ja schon mal gut los hier. Oh, die sind aber ganz schön viele, du. Ja. Die sind ganz schön viele. Die verfolgen mich. Da bist du, da bist du. Ja. Okay, ich seh' dich. Ich laufe straight auf dich zu. In deine Rüstung. Oh, ich muss bald was trinken, seh' ich gerade schon wieder. Bald fängt's an zu blinken. Hey, das reimt sich. Juhu! Reime Monster, meine Fresse. Eins, zwei, drei, vier. Ja, super. Ich hoffe, ich fang gleich nicht an zu blinken. Ach, Mann. Haus irgendwo rein, damit sie langsam gehen und... Oh, links neben mir ist... Oh, was? Der erwischt mich im Laufen? Hallo? Die sind Crank. Ein neuer Dings. Die haben mich im Laufen erwischt. Ich glaub mir... Oder? Gut, dass ich nicht blute, mein Lieber. Gut, dass ich nicht blute. Das war nämlich ganz schlecht. Hier ist ein Haus. Hier kannst du dir... Abhängen, einigermaßen, verwirren. Abhängen, verwirren, meine Fresse. Oh nein, da sind aber zwei neue. Na super. Dann lauf ich mal hier rum. Ja toll, gleich haben wir uns bestimmt wieder verloren, so wie ich uns kenne. Siehst du das rote Haus hier? Äh, rote Haus, nein. Bzw. neben so nem weißen Haus. Beziehungsweise ich weiß nicht, was du gerade für eine Farbe hast. Ach, da bist du ja, ist okay, ist okay, ist okay. Ich seh dich. Wir gehen da mal kurz rein. Ich hab meine abgehängt. Und ich folge dir. Glaub ich zumindest. Schoffel hier ist kein Spieler, leck mich am Arsch, ey. Ja, ansonsten wird's eng. Aber sehr eng. Also ich bin jetzt in dem Haus hier. Ja, ich komm jetzt auch. Bin sofort da. Der Zombie kommt rein. Vorsicht beim Schießen. Falls du schießt, schießt du? Äh, ich versuche zu schießen, wenn ich eins sehe. Ja, warte, ich komm rein, ich komm rein, ich komm rein. Ich glaub, die haben mich verloren, oder? Ja, ja, der eine hat sich jetzt in meine Richtung bewegt. Der hat von dir auf jeden Fall abgelassen. Alter, ist das hier grau. Das ist Essen. Echt? Das ist gut. Das seh ich schon von hier. Bohnen und Cola. Da ist der Zombie, Vorsicht. Ich bin los, ist ja erstmal soweit keine Gefahr. Alter, bei mir ist alles so grau wegen dem scheiß Blutverlust. Ah, 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 bleib weg, du. Pass auf, pass auf, pass auf. Meine atmet gerade ganz schwer. Ja, ja. Ja, ich was. Warte. Ah, machst du schon, ja? Dann geh ich mal lieber beiseite. Ich hab schon. Naher, wirst du mich noch. Dose Pepsi hatte ja. Das ist gut. So, Leiche verstecken. Mehr hat er nicht dabei. Ne, da hat er, scheiße, da hat er doch noch was. Ne, doch nicht. Okay. Okay, ich esse jetzt mal was und trinke mal was. Verbandszeug, hier ist vier, falls du das brauchst. Ja, ich glaube, ich könnte eins auf jeden Fall, warte mal, ich muss mal gucken. Nie empfiegt Munition. Oh, ich verwange nicht mehr. Okay, zittert anscheinend meiner nicht. Dann verabreiche ich meine mal was zu essen und zu trinken. Beides wird benötigt. Voll am Schmatz, ne? Ja. Oh, voll abgeschmutz. Aber hallo. So. Du hast eine Dose, ein... Eine Dose und dann in Klammern, eine Dose, Puck, verbraucht. Auch nicht schlecht. Ja, noch nie auf jeden Fall. Die konnten sich nicht entscheiden. Ja. Guck mal, bitte, du mir... Wie heißt das denn jetzt richtig? Guck mal, bitte, du mir jetzt eine Blutkonserve verabreichen kannst. Nachdem du mich eben erwischt hast, aber glaube ich nicht. Ne, immer nicht. Ich sehe nämlich immer noch alles hier so komisch grau. Das ist... Ja, ich weiß. So leicht gräulich. Ich guck mal kurz im Inventar, warte mal, ob das nicht auch schon jetzt funktioniert, aber ich meine nicht. Taschenlampe. Da rennst du weg? Ich wollte dir das zum Ausprobieren gehen. Was wolltest du? Komm doch mal hier hin. Warte doch mal. Bettelt der hier erstmal Blut und dann... Ja, natürlich. So, zweimal Verbandszeug. Sackels auch weg. Ich hab nämlich wieder Platz. Ich hab auch nicht so viele Magazine mit. So, da bin ich wieder. Der Win ist auch wieder da. So, der Stefan, der will ja jetzt mal Blut spenden. Jo. Ne. Das geht noch nicht. Das geht noch nicht, ne? Scheiße. Das ist noch zu früh. Das ist kacke. So, dann. Was gibt's hier noch? Weiter. Hier gibt's nichts mehr, außer Provenzzeug, wenn du da was brauchst. Hab ich schon aufgenommen. Okay. Dann geht's weiter. Jawohl, ja. Hoffentlich ohne Zombies im Anhang. Ja, hoffentlich. Das sind immer diese Fans, weißt du? Das hier sind ganz schlimm. Die wollen dann immer Autogramme haben und das geht gar nicht. Ja. Ja. Das kenne ich, das ist so, wenn wir VIPs sind, dann ist das immer ganz schlimm. Erst so, bei 5 Millionen Abonnenten kann ich das verstehen. Ja, aber nicht bei der Anzahl, die ich bis jetzt auch. Nicht bei der Anzahl, die ich habe. Kannister. Kannister. Immer diese Kannister. Wenn wir Motorteile und vier Reifen mitnehmen würden, dann würde ich auch ein Kannister mitnehmen. Aber vorher bringt's ja nix. Mhm. Aber vor allem, die verbrauchen auch voll viel Platz, ey. Ich glaube, so ein Reifen benötigt vier Slots da. Mhm. Warte mal, hier ist die Kirche. Das heißt, ganz in der Nähe muss... Ah, da. Hast du entdeckt den Super Supermarkt? Den Super Supermarkt habe ich entdeckt, ja. Oh, oh. Zombie gehört. Zombie hat uns auch entdeckt. Ja, ja, ja. Und weg hier. Oh, ne, da... Ich würde sagen, mal rein, doch. Ja, einmal rein und dann... Mann, 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 wo bist du? Scheiße, da geht's gar nicht hoch. Ich bin drin. Ach, da bist du? Ah, wo der... Ach, da. Hä? Ach, da ist der Supermarkt. Okay, hab ihn gern. Die kommen rein. Oder auch nicht. Ja, Mann, so. Macht's weg hier, Zombie. Jetzt komme ich... Jetzt atmet der schon wieder so schwer. Ich hör das. So. Oh, ja. Hier gibt's wieder Essen. Hier gibt's Essen und Trinken. Eine Dose Pepsi. Wasserflasche habe ich schon. Alles, was das herstellt. Alles, was das herstellt hat. Ich frag mich gerade her. Wasserflasche war, glaube ich... Oh, mein Gott. Ich muss mal schnell um die Ecke kommen. Also mich haben die verloren. Ja, ja, mich... Ja, mich mehr oder weniger. Ich komme. So, bin da. Ich hoffe, die kommen jetzt hier nicht rein. Halt dich weg von den Wänden. Oh, guck mal, hier ist noch ein Endspeck. Ist da was drin, ne? Ach, hier, guck mal, hier ist so ein Zelt. Ja, die konnten wir ja nie auch nehmen, ne? Auf ziemlich viele Slots. Oh, Zombie kommt rein. Ja, 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 sehe ich. Nicht nur einer. Warte. Soll ich ihn weg snacken? Ja. Ich snack ihn weg. Nummer eins. Nee, nee, aber den anderen nicht. Der andere geht weg. Den anderen nicht, nee, nee. Oh, hier. Ich habe gerade einen durch die Wand hier gesehen. Das gefällt mir nicht. Jetzt kommen sie durch die geschlossene Tür. Da kommt noch einer und noch einer. Scheiße, Alter. So, Kopfschuss. Fällt um. Der geht wieder raus. Jawohl. Wenn er Hilfe braucht, sagt Bescheid. Geht schon. Alles gut. Alles gut. Der atmet wieder so schwer, meine Fresse. So, alles gut. Die sind auch so weit weg. Schachtel, Streichhölzer. Oh, nehmen wir mal mit. Ich höre schon wieder ein. Ich glaube, hier muss man sich hinlegen, ey. Das Gefühl. Wir hören sich die ganze Zeit, weiß ich. Hinlegen, was? Oh, ich wollte geschlagen. Alter. Ich möchte helfen, komm. Nee, geht schon, geht schon, geht schon. Oh, ich blute. Ich muss ganz schnell verbinden. Oh, gehen die mir auf den Sack hier. Stress kommt auch. Ja, aber hallo. Tag 11. So, verbinden. Ich glaube, jetzt könntest du mir vielleicht nach dem Verbinden sogar eine Blutkonserve endlich verabreichen. Jetzt habe ich nämlich wieder ein bisschen Blut verloren. Alter, Falter, ey. Gehen die mir auf die Eier hier. Wie viel Platz hast du noch? Also Verbandszeug hier, wo die Knarre ist, habe ich drei Plätze. Ja, ich meine Backpack oder so. Backpack, I don't know. Ich komme mal wieder nicht rein in diese Geschichte, wo ich genau den Platz vom Backpack sehe. Halt einfach Doppelklick und dann guckst du oben in Klammern da. Ach ja, genau. Äh, 25 steht bei mir. Das heißt, du hast noch Plätze frei. Dann nimm mal hier die ganzen Dosen Salinen und so mit. Oh, Essen? Echt? Ja. Das ist gut, ich komme. Das ist doch gut. Das ist doch super. So, Sardinen. Soll ich auch die leere Whiskyflasche übernehmen? Ne, ich habe schon einen Kopf von meinem Schein. Komm, Schmerzmittel. Ah, siehst du, vielleicht brauche ich jetzt sogar ein Schmerzmittel. Ich guck mal. Der zittert nicht. Obwohl er geschlagen wurde, zittert er nicht. So, wo bist du? Ja, hier immer noch ein Supermarkt. Ja, ja. Vorne, an der Kasse, da. Ich stehe an der Kasse. Deshalb kassieren. Ist voll hier gerade. Was macht das denn? Guck mal, jetzt bitte noch. Oh, hier liegt auch noch. Oh, Getränke, Getränke bis zum Abwinken. Ja. Und Dosebohnen, Dosebohnen. Ey, da sind wir wieder richtig gut hier versorgt für die nächsten Tage. Jetzt hat er eine Dosepeps hier. Jetzt blicke ich hier gerade nicht durch. Oh, kacke. Ich auch nicht. Ich habe mich schon zum Abwinken. Ah, jetzt bin ich zum Beispiel drauf, auf diesem Rucksack. Ich weiß zwar nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich sehe jetzt genau, wie viel Platz ich noch habe. Ja, wenn du was lootest, dann funktioniert das, habe ich herausgefunden. Wenn du am Looten bist und dann Doppelklick drückst, dann funktioniert das. Aber wenn du einfach so G drückst und versuchst in den Pack zu gehen, dann funktioniert das nicht. Okay. Ich hoffe, du hast verstanden, was ich meine. Ja, so in etwa. Ja, guck mal gleich, ob du mir gleich noch meine Blutkonserve verabreichen kannst. Hast du wieder Blut verloren? Ich habe wieder was verloren, ja. Okay. Musst du mich ja eben verbinden. Nee, geht immer noch nicht. Boah, ey. Beim nächsten Mal sterbe ich dann. Boah, ey. Beim nächsten Mal sterbe ich dann, was? Beim nächsten Mal fahre ich dann tot um. Super. Und was ist mir los? Eine Leichenhalle oder was? Ich komme hier nach hinten, die liegen, die Halle. Wobei? Ich weiß nicht mal, wie viele ich hier weggesnackt habe. Ja. So, wo gehen wir jetzt hin, beziehungsweise... Beziehungsweise, wir gehen jetzt erstmal nirgends da hin. Willst du dich hier ausloggen? Wir beenden die Aufnahme, locken uns hier aus. Jawohl. Oder hast du noch ein bisschen Zeit? Nee, gerade nicht. Okay. Ja, dann ist das, glaube ich, jetzt der perfekte Zeitpunkt, um sich auszulocken. Würde ich auch sagen. Ja, dann würde ich sagen. Und dann geht's zum Airport. Genau. Number two. Number two, genau. Ab zum Airport. Und hoffentlich finden wir da unsere Night-Division-Kacke, ey. Oh ja. Dann können wir ja auch mal nachts zocken, dann ist uns das sowas von schmutzpiepe. Dann gibt's auch mal ein paar Nachtaufnahmen. Und ein bisschen Bengalfeuer. Bengalfeuer-Action, ne? Mein Lieblingsspielzeug hier im Spiel. Deine Lieblingsbeschäftigung, während es dunkel ist. Genau. Jut, jut. Dann würde ich sagen, loggen wir uns dann hier aus. Dann, ja, war ein etwas kürzeres Video als das davor. Aber, ja, die Zeit ist knapp. Aber, da kommt schon noch längere, 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 längere Videos. Genau. Die kommen schon noch. So, wenn wir Glück haben und spawnen hier wieder, sind hier auch wieder ein paar Sachen gespawnt. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir dann Platz schaffen für Essen und Trinken. Selbst wenn nicht, ist das kein Problem. Ja. Wir haben jetzt genug quasi. Ich glaube auch. Jut, dann sag ich danke fürs Zuschauen. Und, ja, wie immer, favorisieren, Daumen hoch, abonnieren, falls noch nicht gemacht. Und immer schön am Ball bleiben. Genau, und immer schön am Ball bleiben. Denn, irgendwann kommt der Zeitpunkt, da müssen wir sterben. Und dann könnt ihr alle mit uns leiden. Oder lachen. Oder lachen. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Oder, ja. Boah, ich reg mich so auf, wenn ich bin hier, ne? Oh, ja. Wenn ich sterbe, ey. Oh, ja. Ich glaube auch. Tag 11 sind wir mittlerweile. Das Übelst. Ich glaube, die wissen gar nicht, was es bedeutet, von Null anzufangen, ey. Das ist so ein Scheiß. Das können sie dann ja auch mitkriegen. Ja. Stimmt's. Genau. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind weg. Vielen Dank. Bis zum nächsten Video. Wir sagen Tschüss. Ciao. Hallo YouTube. Mein Name ist der Gond. Es geht weiter. Da, wo wir zuletzt aufgehört haben. Wir sind gerade in Krasnostav. Und mit mir, wie immer, mit von der Partie Vacking 04. Richtig. Hi. Hi, hi. So, ja. Wir haben jetzt auch mal geguckt, wo jetzt dieser Supermarkt sich befindet. Genau. Ist quasi nicht viel passiert. Wir haben uns ja in der letzten Folge verloren, kurz vor Schluss. Richtig. Wir haben uns quasi jetzt wieder gefunden. Und, äh, wir haben uns gefunden. Wir haben uns gefunden, genau. Und, äh, ja. Wir wollen jetzt in die Stadt, beziehungsweise genauer zum Supermarkt. Genau, zum Super-Supermarkt. Wie du noch vorhin sagtest. Ähm, genau. Sollen wir, sollen wir in die andere Seite, ne? Rüber, kurz. Da rüber? Da lang? Ja, also hier. Weil, ähm, der ist auf der rechten Seite und ganz am Ende. Ah, okay. Von der Stadt. Gut, dass ich ein lebenden, äh, ein lebendes GPS-Gerät hier dabei hab. Hm, was, was wäre ich nur ohne mich? Was wäre, oh, oh, ich hab'n Zombie gehört? Ja, ich auch. Oh, da sind mehrere. Ach, du. Ich würde sagen, die Beine in die Hand nehmen. Die Beine in die Hand. Dann machen wir das mal. Oh, ah, ich lauf' gerade auf zwei zu. Na, super. Na, toll. Da geht ja schon mal gut los hier. Oh, wir sind ganz schön viele, du. Ja. Wir sind ganz schön viele. Die verfolgen mich. Da bist du, da bist du. Ja, okay, ich seh' dich. Ich laufe straight auf dich zu. In deine Rüstung. Oh, ich muss bald was trinken, seh' ich gerade schon wieder. Bald fängt's an zu blinken. Hey, das reimt sich. Juhu. Reimemonster, meine Fresse. Eins, zwei, drei, vier. Ja, super. Ich hoffe, ich fang gleich nicht an zu blinken. Och, Mann. Haus irgendwo rein, damit sie langsam gehen und... Oh, links neben mir ist... Oh, was? Der erwischt mich im Laufen? Hallo? Die sind crank. Ein neuer Dings. Die haben mich im Laufen erwischt. Ich glaub mir... Oder? Gut, dass ich nicht blute, mein Lieber. Gut, dass ich nicht blute. Das ist mir ganz schlecht. Hier ist ein Haus, hier kannst du die, äh... Abhängen, einigermaßen verwirren. Abhängen, verwirren, meine Fresse. Oh nein, da sind aber zwei neue. Na super. Da hab ich gut wieder auf mich gezogen. Dann lauf ich mal hier rum. Ja toll, gleich haben wir uns bestimmt wieder verloren, so wie ich uns kenne. Siehst du das rote Haus hier? Äh, rote Haus, nein. Beziehungsweise neben so einem weißen Haus. Beziehungsweise ich weiß nicht, was du gerade für eine Farbe hast. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Ich seh dich. Wir gehen da mal kurz rein. Ich hab meine abgehängt. Und ich folge dir. Glaub ich zumindest. Schoffel, hier ist kein Spieler. Leck mich am Arsch, ey. Ja, ansonsten wird's eng. Aber sehr eng. Also ich bin jetzt in dem Haus hier. Ja, ich komm jetzt auch. Bin sofort da. Der Zombie kommt rein. Vorsicht beim Schießen. Falls du schießt, schießt du? Äh, ich versuche zu schießen, wenn ich eins sehe. Ja, warte, ich komm rein, ich komm rein, ich komm rein. Ich glaub, die haben mich verloren, oder? Ja, ja, ja. Ja, der eine hat sich jetzt in meine Richtung bewegt. Der hat von dir auf jeden Fall abgelassen. Alter, ist das hier grau. Da ist Essen. Echt? Das ist gut. Da seh ich schon von hier. Bohnen und Cola. Da ist der Zombie, Vorsicht. Ich bin los, ist ja erstmal soweit keine Gefahr. Alter, bei mir ist alles so grau wegen dem scheiß Blutverlust. Oh, ah, 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 ah. Bleib weg, du. Pass auf, pass auf. Meine atmet gerade ganz schwer. Ja, ich was. Warte. Oh, machst du schon, ja? Dann geh ich mal lieber beiseite. Ich hab schon. Na herr, wirst du mich noch. Dose Pepsi hatte ja. Das ist gut. So. Leiche verstecken. Mehr hat er nicht dabei. Nee, da hat er, scheiße, da hat er doch noch was. Nee, doch nicht. Okay. Okay, ich esse jetzt mal was und trinke mal was. Verbandszeug, hier ist vier, falls du das brauchst. Ja, ich glaube, ich könnte eins auf jeden Fall, warte mal, ich muss mal gucken. Nie empfiegt Munition. Oh, ich verwange nicht mehr. Okay, jetzt sieht anscheinend meiner nicht. Dann verabreiche ich meine mal was zu essen und zu trinken. Beides wird benötigt. Voll am Schmerz, ne? Oh, voll abgeschmutz. Aber hallo. So. Du hast eine Dose, ein, eine Dose und dann in Klammern ein, nee, Dose, Punkt, verbraucht, auch nicht schlecht. Ja, noch nie auf jeden Fall. Die konnten sich nicht entscheiden. Nee, guck mal, bitte. Du bist jetzt richtig. Guck mal, bitte. Dass du mir jetzt eine Blutgangserver abreichen kannst, nachdem du mich eben erwischt hast, aber glaube ich nicht. Nee, immer nicht. Ich sehe nämlich immer noch alles hier so komisch grau, dass es... Ja, ich weiß. So leicht gräulich. Ich guck mal kurz im Inventar, warte mal, ob das nicht auch schon jetzt funktioniert, aber ich meine nicht. Taschenlampe. Da rennst du weg. Ich wollte dir das zum Ausprobieren gehen. Was wolltest du? Komm doch mal hier hin. Warte doch mal. Bettelt der hier erstmal Blut und dann... Ja, natürlich. So, zweimal Verbandszeug. Sack, geht's auch weg. Ich hab nämlich wieder Platz. Ich hab auch nicht so viele Magazine mit. So, da bin ich wieder. Der Win ist auch wieder da. So, der Stefan, der will ja jetzt mal Blut spenden. Jo. Nee, das geht noch nicht. Das geht noch nicht, ne? Scheiße. Das ist noch zu früh. Das ist kacke. So, dann. Was gibt's hier noch? Weiter. Hier gibt's nichts mehr, außer Provenzzeug, wenn du da was brauchst. Hab ich schon aufgenommen. Okay. Dann geht's weiter. Jawohl, ja. Hoffentlich ohne Zombies im Anhang. Ja, hoffentlich. Das sind immer diese Fans, weißt du? Das hier sind ganz schlimm. Die wollen dann immer Autogramme haben und das geht gar nicht. Ja, ja, ja. Das geht gar nicht. Das ist so, wenn wir VIPs sind, dann ist das immer ganz schlimm. Also bei 5 Millionen Abonnenten kann ich das verstehen. Ja, aber nicht bei der Anzahl, die ich bisher so. Nicht bei der Anzahl, die ich habe. Kanister. Kanister. Immer diese Kanister. Wenn wir Motorteile und vier Reifen mitnehmen würden, dann würde ich auch ein Kanister mitnehmen. Aber vorher bringt's ja nichts. Hm. Aber vor allem, die brauchen auch voll viel Platz, ey. Ich glaube, so ein Reifen benötigt vier Slots da. Hm. Warte mal, hier ist die Kirche. Das heißt... Ganz in der Nähe muss... Ah, da! Hast du entdeckt den Super Supermarkt? Den Super Supermarkt habe ich entdeckt, ja. Oh, oh, ich habe gehört. Zombie, ja. Zombie hat uns auch entdeckt. Ja, ja, ja. Und weg hier. Oh, nee, da... Ich würde sagen, rein, da. Ja, einmal rein und dann... Mann, 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 wo bist du? Scheiße, da geht's gar nicht hoch. Ich bin drin. Ach, da bist du. Äh, wo der... Ach, da. Hä? Ach, da ist der Supermarkt. Okay. Hab ihn gern. Die kommen rein. Oder auch nicht. Ja, Mann, so. Macht dich weg hier, Zombie. Jetzt komme ich... Jetzt atmet der schon wieder so schwer. Okay, ich hör das. So. Oh, ja, hier gibt's wieder Essen. Hier gibt's Essen und Trinken. Eine Dose Pepsi. Wasserflasche habe ich schon. Alles, was das herstellt hat. Ich frag mich gerade her, Wasserflasche war, glaube ich... Oh, mein Gott. Ich muss mal schnell um die Ecke kommen. Also mich haben die verloren. Ja, ja, mich. Ja, mich mehr oder weniger. Ich komme. So, bin da. Ich hoffe, die kommen jetzt hier nicht rein. Halt dich weg von den Wänden. Oh, guck mal, hier ist noch ein Alice Pack. Ist da was drin, ne? Ach, hier, guck mal, hier ist so ein Zelt. Ja, ja. Die konnten ja nie aufnehmen, ne? Auf ziemlich viele Slots. Oh, Zombie. Zombie kommt rein. Ja, 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 sehe ich. Nicht nur einer. Warte. Das wird's gern. Piep, 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 piep. Soll ich ihn weg snacken? Ja. Ich snack ihn weg. Nummer eins. Nee, nee, aber den anderen nicht. Der andere geht raus. Den anderen nicht, nee, nee. Oh, hier. Ich habe gerade einen durch die Wand hier gesehen. Das gefällt mir nicht. Jetzt kommen sie durch die geschlossene Tür. Da kommt noch einer und noch einer. Scheiße, Alter. So, Kopfschuss. Fällt um. Der geht wieder raus. Jawohl. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid, ne? Geht schon. Alles gut. Alles gut. Der atmet wieder so schwer, meine Fresse. So, alles gut. Die sind auch so weit weg. Jetzt. Schachtel Streichhölzer. Oh, den waren wir nicht. Nee, ich höre schon wieder einen. Ich glaube, hier muss man sich hinlegen, ey. Das Gefühl. Die hören sich die ganze Zeit, weiß ich. Oh, hinlegen, was? Oh, oh, oh. Ich wurde geschlagen. Alter. Ich will dir helfen, komm. Nee, geht schon, geht schon, geht schon. Oh, ich blute. Ich muss ganz schnell verbinden. Oh, geh nimm dir auf den Sack hier. Stress kommt auch. Ja, aber hallo. Tag 11. So, verbinden. Ich glaube, jetzt könntest du mir vielleicht nach dem Verbinden sogar eine Blutkonserve endlich verabreichen. Jetzt habe ich nämlich wieder ein bisschen Blut verloren. Alter, falter, ey. Geh nimm mir auf die Eier hier. Wie viel Platz hast du noch? Also Verbandszeug hier, wo die Knarre ist, habe ich drei Plätze. Ja, ich meine Backpack oder so. Backpack, I don't know. Ich komme mal wieder nicht rein in diese Geschichte, wo ich genau den Platz vom Backpack sehe. Halt einfach Doppelklick und dann guckst du oben in Klammern da. Ach ja, genau. 25 steht bei mir. Das heißt, du hast noch fünf Plätze frei. Dann nimm mal hier die ganzen Dosen Salinen und so mit. Oh, Essen? Echt? Ja. Das ist gut, ich komme. Das ist doch gut. Das ist doch super. Sardinen. Soll ich auch die leere Whiskyflasche übernehmen? Ne, ich habe schon einen Kopf von meinem Schein. Komm, Schmerzmittel. Ah, siehst du, vielleicht brauche ich jetzt sogar ein Schmerzmittel. Ich guck mal, der zittert nicht. Obwohl er geschlagen wurde, zittert er nicht. So, wo bist du? Ja, hier immer noch im Supermarkt. Ja, vorne an der Kasse da. Ich stehe an der Kasse. Deshalb kassieren. Ist voll hier gerade. Was macht das denn? Guck mal, jetzt bitte noch. Oh, hier liegt auch noch. Oh, Getränke, Getränke bis zum Abwinken. Ja. Und Dosebohnen, Dosebohnen. Ey, da sind wir wieder richtig gut hier. Versorgt für die nächsten Tage. Jetzt hat er eine Dose Pepsi. Jetzt blicke ich hier gerade nicht durch. Oh, kacke. Ich auch nicht. Ich habe mich nicht zum. Ah, jetzt bin ich zum Beispiel drauf, auf diesem Rucksack. Ich weiß zwar nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich sehe jetzt genau, wie viel Platz ich noch habe. Ja, wenn du was lootest, dann funktioniert das, habe ich herausgefunden. Wenn du am Looten bist und dann Doppelklick drückst, dann funktioniert das. Aber wenn du einfach so G drückst und versuchst in den Pack zu gehen, dann funktioniert das nicht. Okay. Ich hoffe, du hast verstanden, was ich meine. Ja, so in etwa. Dann guck mal gleich, ob du mir gleich nochmal eine Blutkonserve verabreichen kannst. Hast du wieder Blut verloren? Ich habe wieder was verloren, ja. Okay. Musst du mich ja eben verbinden. Nee, geht immer noch nicht. Boah, ey. Beim nächsten Mal sterbe ich. Beim nächsten Mal sterbe ich dann, weißt du? Beim nächsten Mal fahre ich dann tot um. Super. Was ist dir los? Eine Leichenhalle oder was? Ich komme hier nach hinten, die liegen, die Halle, wobei? Jetzt wissen wir mal, wie viele ich hier weggesnackt habe. Ja. So, wo gehen wir jetzt hin, beziehungsweise... Beziehungsweise, wir gehen jetzt erstmal nirgends da hin. Willst du dich hier ausloggen? Wir beenden die Aufnahme, loggen uns ja aus. Jawohl. Oder hast du noch ein bisschen Zeit? Nee, gerade nicht. Okay. Ja, dann ist das, glaube ich, jetzt der perfekte Zeitpunkt, um sich auszulocken. Würde ich auch sagen. Ja, dann würde ich sagen. Dann geht's zum Airport. Genau. Number two. Number two, genau. Ab zum Airport. Und hoffentlich finden wir da unsere Night Division. Kacke, ey. Oh ja. Dann können wir ja auch mal nachts zocken, dann ist uns das sowas von Schmutzpiepe. Dann gibt's auch mal ein paar Nachtaufnahmen. Und ein bisschen Bengalfeuer. Bengalfeuer-Action, ne? Mein Lieblingsspielzeug hier im Spiel. Deine Lieblingsbeschäftigung, während es dunkel ist. Genau. Jut, jut. Dann würde ich sagen, loggen wir uns dann hier aus. Dann, ja. War ein etwas kürzeres Video als das davor. Aber, ja. Die Zeit ist knapp. Da kommt schon noch längere, längere, längere Videos. Genau. Die kommen schon noch. So, wenn wir Glück haben und spawnen hier wieder, sind hier auch wieder ein paar Sachen gespawnt. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir dann Platz schaffen für Essen und Trinken halt. Selbst wenn nicht, ist das kein Problem. Wir haben jetzt genug quasi. Ich glaube auch. Jut, dann sag ich danke fürs Zuschauen. Und, ja. Wie immer, favorisieren, Daumen hoch, abonnieren, falls noch nicht gemacht. Und immer schön am Ball bleiben. Genau. Und immer schon am Ball bleiben, denn... Irgendwann kommt der Zeitpunkt, da müssen wir sterben und dann könnt ihr alle mit uns leiden. Oder lachen. Oder lachen. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Oder, ja. Boah, ich reg mich so auf, wenn ich bin hier, ne? Oh ja. Wenn ich sterbe, ey. Oh ja. Ja, ich glaube auch. Tag 11 sind wir mittlerweile. Das Übelst. Ich glaube, die wissen gar nicht, was es bedeutet, von Null anzufangen. Das ist so ein Scheiß. Das können sie dann ja auch mitkriegen. Ja. Stimmt. Genau. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind weg. Vielen Dank. Bis zum nächsten Video. Wir sagen Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.